20.280 Fans hatten Lust auf Prestigeduell, Zuschauer Saisonrekords beim Derby zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Halleschen FC. Bei den Gästen kurzfristig Corona-bedingte Ausfälle, deshalb kehrte Mesenhöhler für Schreiber zwischen die Posten zurück. Und so viel sei vorweggenommen, er sollte nicht arbeitslos bleiben an diesem Samstagnachmittag, denn der FCM erlegte sofort mit gewohntem Tempo los. Der Gastgeber in Anlehnung an den Ukraine-Krieg in Sondertrikots in Blau und Gelb und nach neun Minuten mit der fetten Chance zur Führung. Aber Mesenhöhler war sofort wach gegen den prima Abschluss von Conte. Der FCM, er bestimmte die Anfangsphase, schnürte Halle hinten ein und hatte Pech. Nur eine Minute später setzte Barisch-Artik diesen Freistoß an den Pfosten. Ganz viel Gefühl, ganz viel Technik, aber auch ganz viel Pech vom Mann, der schon 17 Mal in dieser Saison getroffen hatte. Den hätte Mesenhöhler nicht gesehen, der HFC, er sah sich früh enormen Druck ausgesetzt. Denn der FCM, er ließ einfach nicht lockern. 23. Minute am Mara Kondé, das ging Halle viel zu schnell, nur einer war wach. Der hieß Daniel Mesenhöhler, fischte auch diesen Ball aus dem Eck, glanzt hat vom Schreibervertreter. Eckball Magdeburg, es ging nur in eine Richtung und dann gab es den Pfiff. Schiedsrichter Bacher zeigte auf den Punkt und zückte gelb für Marcel Titsch-Rivero, der reflexartig den Arm nach oben nahm. Eine harte, aber letztlich korrekte Entscheidung. Aber Barisch-Artik zeigte Nerven vom Punkt. Zum dritten Mal in dieser Saison verschoss er einen Elfmeter. Kurios, zum dritten Mal zu Hause. Zentimeter fehlten zum Glück. Und so blieb es trotz Chancen. Wucher beim 0 zu 0 zur Pause. Die gut 20.000 FCM-Anhänger hatten sich das genauso wie Trainer Christian Tietz anders vorgestellt. Sie hatten alles im Griff, aber sie belohnten sich nicht. Zweiter Durchgang, erst mal ging es wieder nur in Richtung HFC-Tor. Aber der Ball, er wollte nicht rein, auch der von Burger nicht, weil der HFC mit Leidenschaft so gut es ging, dagegen hielt. Und dann mit Kreuzer den perfekten Mann auf der Linie hatte. Schon weit über eine Stunde gespielt, dann kam mal was von den Gästen Eberwein. Sie waren fast nur defensiv beschäftigt, aber dann tauchten sie mal richtig brenzlig vor der Kiste auf. Der ist drauf. Der kam im ersten Durchgang für den verletzten Zulechner in die Partie. Hätte querlegen können und auf Hut in dieser 67. Minute, da hätte es das 1 zu 0 für Halle gegeben. Und der Spielverlauf wäre auf dem Kopf gewesen. Ito mittlerweile bei Magdeburg im Spiel. Der brachte noch mal richtig Tempo rein und hatte dann diese Übersicht für Obermeier. Und auch Cecher wurde eingewechselt und der erlöste Magdeburg. In der 72. Spielminute mit dem 1 zu 0 Jason Cecher. Das ging dann wieder mal zu schnell für Halle. Und da war die Lücke dann auch für Mesenhöhler zu groß. Das 1 zu 0 natürlich hoch verdient. Magdeburg auf Kurs. Die drei Punkte, sie schienen schon so gut wie im Sack zu sein. Halle wurde mürbe gespielt, aber sie hatten noch eine Aktion. Und zwar die hier 80. Ecke Kreuzer und der Ball im Tor. Elias Löder, der Mann aus Wernigerode, bis 2015 in der Jugend des FCM gespielt. Machte das 1 zu 1 für Halle. Finn Otto, genauso wie Löder eingewechselt, verlängerte perfekt. Und so ergaunerte der HFC tatsächlich einen Punkt in Magdeburg. Ja, letztendlich spielt man einfach, weil man Spaß dann hat. Und ja, das Tor war natürlich vielleicht mit ein bisschen Glück zu mir gekommen. Und dann ist das Ding halt drinne. Ja, ich freue mich für die Mannschaft und ich freue mich über den Punktgewinn. Ja, fühlt sich schon eher nach einer Niederlage an, sage ich mal. Weil ich glaube, in der ersten Halbz haben wir so viele Schonten. Sie müssen schon vielleicht 2, 3, 0, 4. Und dann nach so einer doofe Standardsituation gehen wir das aus der Hand. Und das ist natürlich traurig für uns. Dritte Liga, kurios, der 1. FC Magdeburg verliert 1 zu 1 gegen den Halleschen FC. Frust beim Spitzenreiter, Zufriedenheit dagegen beim HFC. Ein weiterer wichtiger Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.